Hallo und herzlich Willkommen zu Manuel am Abend, der neuen Folge. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo, herzlich Willkommen zu neuen Manuel am Abend, Volk. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ah, es heißt von der Sonne. Ja, ich gehe mal rein. Nun bin ich drin. Nun, muss man mal sagen, gestern habe ich durch irgendeinen Grund vergessen, Manuel am Abend zu machen. Habe es dann auch gemacht, aber er ist ein bisschen später hochgeladen als sonst. War nicht geplant, aber ich hoffe, ja, ihr seid mir nicht böse. Ich habe aber dafür mal am Abend gemacht. Es kann schon mal vorkommen. Ich habe es gestern ganz vergessen wegen Werner Bremen, weil die so spät gespielt haben. Und da kamen noch Essen hinzu und andere Sachen. Und da vergisst man auch schon mal was. Ja, deswegen ist es manchmal so. Und jetzt gehen wir nochmal raus. Ja, Mann am Abend, Freunde. Ja, ich bin nochmal mit meiner Hündin Fly rausgegangen. Muss auch mal sein. Ja. Stier und ein großer Baum. Richtig groß, muss man sagen. Ja. Herrlich. Aber sonst alles top. Würde ich mal so sagen. Ja. Maler Namen, Freunde. Da ist nochmal der Hündin Fly. Ich bin hier. Ja. Wir laufen hier noch ein kleines Stück. Ja. Ein kleines Stück. Würde ich mal so sagen. Ja. Nadelbäumchen vorbei. Da schlafen Leute auf so einem so genannten Friedhof. Ja, Fleisch Wir sind aber nicht am Friedhof. Der Friedhof ist da. Wir sind vor dem Friedhof. Ja, in der Sonne würde ich mal sagen, ist ein bisschen wärmer. Aber im Schatten, ja, es ist, ich sag's mal, ein bisschen kühl. Daumen auf der Pullover, man kann jederzeit ausziehen. Aber es ist ein bisschen warm. Sonst in der Sonne, ja. Komm mal an, Flyly. So, mal am Abend, Freunde. Ja, ich laufe dann mal wieder zurück. War gerade mit dem Hund. Laufen, oder sagen wir mal spazieren. Ja, ein Stück. Die lassen auch über den Müll liegen. Musste aber auch nicht sein. Na ja, gehen wir mal weiter. Jedenfalls muss ich dazu sagen, gestern war ich ja etwas länger weg. Später gekommen, wie schon gesagt. Und, ja, ich hab jetzt heute schon die Folge ein bisschen früher gemacht. Die werde ich gleich direkt schnipseln im Auto. Ja, so hab ich das schon mal erledigt. Und dann hab ich das schon mal hochgeladen, auf geplant gestellt. Und dann kommt's heute Abend pünktlich live für euch online-mal am Abend, Freunde. Ja, so ist das. Einfach mal weitergehen. Und dann läuft das doch. Denk ich mal. Nicht? Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie lange diese Folge gehen wird. Aber, wenn's euch gefällt, ist es eine tolle Sache. Abonniert den Kanal. Und unten in der Beschreibung könnt ihr auch Autogrammkarten oder sowas kriegen, wenn ihr das haben möchtet. Ja. Und wer die lieber selber drucken möchte, für sich, eine Autogrammkarte, kann sie auf deiner Internetseite runterladen. Steht auch dabei. Ja. Da könnt ihr auch ein paar andere Bildchen herunterladen. Drei Stück insgesamt. Ja. Ne. Ich würde sagen, das war's heute. Hier mit mal am Abend. Wir sehen uns wieder. Also macht's gut. Und ciao. Bald heißt es die 900. Mal am Abendfolge. Ab 27. September. Hier bei uns. Schaltet ein und seid dabei. Shhh.